Blick ins Restaurant im Beef Club bei Hasia im sechsten OG des KDW. Heute bei traumhaften Sonnenschein, große Fensterbereich, blauer Himmel aber nicht. Da wir ja sehen, wie schön die Sonne reinkommt, wo es Sommer ist eigentlich. Blick zum Dresenbereich, was Personal in Richtung Küche. Zwar kein blauer Himmel, aber super schöne Sonne heute Morgen, es regnet mal nicht. Blick Richtung Bar in den Kühlschrank. Offener Küchenbereich, alles auf Holzgurte gegrillt. Schöner, großer Stammtisch. Einzelne Tische an der Bar. Toller Barbereich. Freitag, Samstag mit Dici. Dann sagen wir Dankeschön für Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch nicht erinnern. Tschüüüüü. Danke!